Moin Leute, hier ist Alex von Calisthenic Movement. Heute gibt es eine kleine Challenge für euch und zwar Squats an der Wand. Geht mit den Zehenspitzen bis an die Wand ran, macht dann eine Tiefkniebeuge, geht wieder nach oben und fallt vor allem nicht nach hinten um. Wenn ihr das schafft, macht ein kleines Video davon und postet es hier unter diesem Video in die Kommentare. Ich zeige euch jetzt fix wie das geht und würde mich natürlich freuen, wenn ihr das nachmachen könnt. Ich wünsche euch viel Spaß. Bis zum nächsten Mal.